Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter 3D World, ja. Ja, das ist fast richtig. Beider richtig. Fast richtig, du hast es von Mario aufgenommen, richtig? Ja, der statt Nacht, ja, ziemlich viel. Ja, was man vor, was man vor, erst mal hallo, ich bin auch wieder dabei. Was man nachts, habe ich mal irgendwo gelesen, was man nachts vorm Schlafengehen macht, das nimmt man besonders gut auf. Also wenn man irgendwie lernt, sollte man lernen und dann direkt ins Bett gehen, dann wählt man das am besten. Als wenn man noch was dazwischen macht. Darin bin ich Meister. So, dann. Es geht auf. Die erste G-Rang-Mission. Richtig. Zwei Azurose. Wie heißt das? Keilerei im Dschungel oder so? Ne, Keilerei im Dschungel. Ne, Ödnis-Insel, Keilerei. Ödnis-Insel, Keilerei. Beinahe richtig. Dschungel, Ödnis, das ist alles dasselbe. Ja, das ist halt ein anderes Gebiet. Ja. Aber Name ist ja das gleiche. Oh, Secret Area. Äh, keine Karte bei G-Rang. Ui. Richtig jetzt? Ja, jetzt musst du echt mal, jetzt musst du echt gucken, wie du das machst noch, ne? Äh, na gut, bei der Ödnis-Insel geht's ja zum Glück noch, aber okay. Das wusste ich jetzt noch nicht. Ähm, wo taucht die denn aus? Ähm, die Region, äh, drei müsste das Zagabit sein. Ne, äh, fünf. Fünf. Ja. Die, die Zahl ist da mir unglaublich viel. Das ist das ganz große mit ein bisschen Wasser. Also da, wo... Das, wo es, wo es, wo es, wo es nach links, äh, zum Yagi, ähm, Lager, äh, Nest geht. Ach so. Dann bin ich hier falsch. Ja. Okay. Ja, du bist in Region 3 gerade, glaube ich, ne? Ja. Ich muss... Kann ich tatsächlich sogar die Gebietsnamen, also die Nummern. Ja, das krieg ich noch nicht ganz hin. Aber das ist auch das Einzige, wo ich das kann. Hm. Kann mir gleich mal noch ein gebratenes Steg reinziehen, damit ich zumindest mit voller Ausdauer anfange. Wow. Alter. Alter, ist Ausdauererholung geil. Musst du dir auch mal machen. Da, sind die beide. Ah, ein kleiner, ein kleiner. Ah, hast du zu wenig Dungenbomben mit? Nein. Verdammt, das habe ich vergessen. Ich denke, die sind zu zweit heftig. Und das könnte... Ja, das nervig, als wenn man das alleine macht. Das könnte übrigens eine Goldkrone werden, oder? Der eine Große. Ja, ja, der Große ist eine Goldkrone. Der ist eigentlich immer eine Goldkrone. Au. Und die machen Damage. Okay. Ja, das ist... Welcome to G-Rank. Shit. Ich dachte, das ist so Azurus. Ach komm, die treffen mich halt. Macht doch nichts. Nein, wenn die dich treffen... Also guck mal, wie viel Schaden ich gerade genommen habe. Ich bin einmal getroffen worden. Und ich habe eine G-Rang-Rüstung. Ja, ich merke schon. Oh, da kam der von der anderen Seite, ey. Unfair. Guck, deshalb sollte man lieber die einzeln machen. Ja. Ja. Ich verstehe es jetzt. Sepp. Aua. Hey. Luke drauf. Im Weg. Stolbern gebracht. Okay, wir wechseln mal kurz unsere Kampfpartner. Jetzt schon wieder der Wechsel. Ah ja, wir haben uns übrigens entschieden, oder Simon hatte die Idee, dass wir von jetzt an auch mal öfters wieder zwei Spieler-Missionen mit der richtigen Rüstung spielen, damit der Kampf ein bisschen spannender wird. Ja, du musst jetzt noch erklären, was mit richtig gemeint ist. Und Rüstung nicht so sehr, also jeder beziehungsweise jetzt G-Rang halt, G-Rang-Rüstung. Und sonst halt nicht einfach, damit man ein bisschen vorsichtiger spielt und nicht einfach sich treffen lässt. Ähm. Hust. Ja. Wenn man ein bisschen Skill braucht. Genau. Einfach, damit es ein bisschen spannender wird und dass wir nicht irgendwie drei Monster in einer Episode durchbekommen. Genau. Und, äh, ja auch, dass wir nur entsprechende Waffen nutzen, also, ähm, zum G-Rang. Also, bei High-Rank nur, äh, High-Rank-Waffen und keine G-Rang-Waffen. Genau. Baaah. Es ist schön, wie die sich abwechselt. Das hat fast was von Teamwork. Au. Ja, das ist total ätzend. Ja, ich merk's. Besonders für mich. Aaaa. Au. Das Ganze war doch nicht die richtige Waffe. Aber immer präzise nach einem Angriff. Nein. Mann, ich bin ja gerade die ganze Zeit noch und mich heile. Stammt. Nicht gut. Ne, ich nicht. Ich halte ein paar Treffer halt aus. G-Rang-Rüstung und so. Ne. Ich vergesse immer dieses... Äh. Achso. Okay, ich pralleh schon wieder ab. An deine. Gefährlich. Tja. Du brauchst auch eine Rüstung, weil ich fechten. Ja. Eindeutig. So langsam. Für uns zur Raterlausrüstung ist gut. Ich hab was abgekoppelt. So ankleinend. Und ich hab ihn hingeworfen. Juhu. Au. Pff. Danke, dass du mich weggeworfen hast. Sorry. Ah. Nein. Nein, das war echt danke, weil der andere hat mich voll getroffen. Und deine Angriffe machen mir zumindest kein Schade. So, der Große ist weg. Ah, nice. Dann kriegst du erst mal ein Baby ja zurück. Gibt es eigentlich irgendwie erklärt, was sie sind? Ob es großer Bruder, kleiner Bruder oder... Ich glaub mal Mutter und... Was? Zur Hölle? Hat er sich mit seinem Arsch auf dich gesetzt? Ja, das kannte ich noch gar nicht. Fuck, jetzt sind die wieder zu zweit in einem Gegner. Ich hab schon fünf Megaträgen verbraucht. Ich hab keinen Bock mehr. Okay. Ich hab doch eine andere Waffe nehmen sollen. Ich dachte, du heilst dich nicht so häufig. Ich hab auch gerade mal acht verbraucht. Sieben. Ja, ich bin jetzt vorhin ein paar Mal getroffen worden. Ach, come on. Das trifft mich. Na toll. Jetzt kommen wir beide zu dir. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall, lass mal... Konzentrieren. Fokussen. Kleiner. Der wird hoffentlich am schnellsten kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob Größe irgendwas mit HP zu tun hat. Ich weiß nicht. Ja, ich glaub die zu... Ah, ich lass mich volltreffen. Das ist aber echt fies, wie du gerade zur Seite gedrängt wurdest. Ja, aber dass ich gerade getroffen wurde, war eigentlich eine Dumme halt. Ich hätte blocken können. Ich bin total nicht mehr gewöhnt, Lanze zu spielen. Ich war total gut mal da drin, aber die Lanze ist ja auch nicht mehr so leicht und... Also ist nicht mehr ganz so... Ja, nicht mehr so... So mächtig. Oh, ich glaub er verlässt das Gebiet, oder? Ne. Ach, nein, nein, der hat nur mich angerufen. Und der hat mitgekickt. Yay. Lass mich hier nicht alleine. Autsch. Oh, okay. Absorced, Lord. No. Und der Kleine ist hier. Why did this happen to me? Dammit. Hier werden, denk ich mal, auch nie Vorräte geliefert, oder? Und der Kleine ist tot. Nice. Doch, doch, die werden auch irgendwann geliefert. Ah, okay. Massiver Knochen. Massiver Knochen. Oh, der andere isst grad Honig, soll ich ihn dabei stören? Ah, nee, komm erst mal hier hin und ich störe den anderen dabei. Okay. Ich lass mich klonen. Die Songs kriegst du jetzt nicht mehr aus dem Kopf, oder? Ne. YouTube stört grad dauernd dabei ab. Ah, es gibt ja schon wieder neue YouTube-Bug, gell? Wechten? Dass die Videos schwarz, also schwarzes Bild starten, nur Ton kommt. Was wohl irgendwie was mit der Verarbeitungszeit von YouTube zu tun hat. Aber es lässt sich ganz leicht, äh, behebeln, indem er erst auf 240p schaltet und dann wieder hoch, auf was auch immer. Ja, ist auch fast dort. Guck mal, die halten überhaupt nicht viel aus. Das war ja, also wir haben jetzt nun wirklich keine G-Rang-Waffen. Ja, und dann kannst du dir ja vorstellen, wie schnell das mit Leuten mit, ähm, Scheitenwaffen geht, ja. Gut, fall hin. Ja. Ja, neun Minuten ist echt etwas dürftig. Tja. Stifa-Knochen. Nein, Luthorst, du lass mich jetzt Ruhe. Ne, drück dich nicht. Äh, Azurus Cortex. Okay. Ja, genau, G-Rang. Du weißt ja, äh, du hast ja, normal hast du ja so Rücken, äh, hast du ja erstmal so Panzer und sowas. Ja. Dann High-Rank hast du dann ja in der Regel Rückenpanzer und das, was Rückenpanzer war im High-Rank heißt jetzt, ähm, äh, Cortex. Ah. Okay, also diesmal. Mein ich. Diesmal stoßen wir zum zentralen. Und, ähm, du hast das Pelz und dann Pelz plus und jetzt hast du Fell. Ne? Okay. Und, ähm, dann gab's auch Haut, Haut plus und jetzt ist es Balk. Und du hattest Schuppe, Schuppe plus und das, äh, im G-Rang ist Scherbe. Ne? Und dann ist Kralle, ne, falsch, Klaue, Klaue plus und jetzt hast du, äh, heißt es, und jetzt hast du Kralle oder umgekehrt. Okay. So erkenne ich dann die neue Bestandteile. Sehr gut. Aber Cortex scheint relativ, äh, häufig zu sein. Ja, ja, die machen wir ja eine Vollschiene, ist das seltenste. Ah, ich habe nur eine Schiene plus. Oh. Ich habe zwei Vollschienen. Oh, gleich Silberkrone und Goldkrone. Äh, ich hatte beim ersten Mal bei diesem Quest, hatte ich direkt beide Goldkronen. Okay. Kleine und große. Ach, war der an... Moment. Aktuell, ne. Hm, hast du ne, hast du ne Silberkrone bekommen für Klein? Ja. Da gibt's noch Silberkronen? Ah, cool. Ne, bei mir wird keine Silberkrone angezeigt. Bei Kleinst. Ach so, ne, 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 ich glaube das ist nicht, ne, es war, äh, längster, stimmt. Beides längster Silberkrone. Also, längster Silberkrone und längster Goldkrone, was glaube ich, oder sowas. Ne, ne, du hast einfach, du hast vermutlich zwei neue Rekorde einfach, der war kürzer als alle anderen, bist ja aber noch nicht Goldkrone. Ah. Ah. Okay. Hm, gut, was machen wir jetzt? würde ich sagen, was soll er am besten gerade machen.